Oh, ne, das Buchland dauert noch ne ganze Weile. Hallo. Hi, ich habe mir echt große Sorgen um euch gemacht. Ich dachte, ihr würd irgendwo tot rumliegen. Einfach so rumliegen, tot. In der See sind wir glücklich, lebendig, Schätzchen. Ja, zumindest Melissa, der Pirat und der Junge. Ah, was? Ach du, dein Blutdruck, Alter. Sie wird doch zumindest tot erfahren haben, hoffe ich. Und wenn ja, warum ist sie dann so gefasst? Sie sollte mich hassen. Also, ich bin für eure Wünsche zuständig. Sag mir nur, wo ihr hin wollt, dann befördert ich euch nach dort. Nur zu. Wir kommen zu dir, wenn wir weiterfliegen wollen. Also, Waden, wollt ihr? Das hat sind viele Autos für euch zugänglich. Reisen, ein Bock da mit Reisen. Das ist die Morgan, Bob Möbel, Ruin von Giron, heiligste Art der Welt. Das ist die Morgan. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Ja, wieder mal in Cinema Musik. Da, 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 da. Voll das ethische, gefällige Reisen und so, ne? Flipp, flipp, flipp. Okay. Und jetzt zurück ins Schiff. Nein, Boba Fett. Was machst du hier? Ich bin der fieseste Vampir aller Zeiten und habe mir in dieser Festung als neuen Unterschrift ausgesucht. Aber ohne Schüsse bekomme ich das verdammte Tank auf. Äh, wie lustig. Ha, ha, ha. Ist das Spiel ja alles gemeint? Ich hoffe doch, warum ist dein Geist? Hallo Geist. Warum sind mehrere Geister? Und das Gegner? Ich bin eine verlorene Seele. Dieses Schloss gefällt mir, aber es ist auf eben und ewig abgesperrt. Ich habe ja Zeit. Ich warte, bis es in hunderten von Jahren wieder geöffnet wird. Bis dann... Ne, wenn du meinst. Die Festung wurde verschlossen und der Schlüssel in die Feuer des Schicksalsberges geworfen. Dann kommen wir nie wieder herein. Und das ist ja gut so. Wer hat den Schicksalsberges... Warum wärst du das Spiel jetzt mit irgendwelchen Anspielungen, die nicht reinpassen um sich? Du spielst eigentlich kein Fungame. Warum? Alle sterben Leute, das ist tragisch. Warum ist aber diese bescheuerten Fungame-Sachen... Oh, Mann. Oh, Mann, wo wollt ihr den hin? Das wäre doch total sinnlos. Äh, wie du meinst. Was ist das? Was ist das? Oh, das spiel ich mich gar nicht. WTF? Ich glaube, ich nehme die Part-Random-Anspielungen auf Dwee. Not. Not. Botmöwe. Oh, Mann. Ja, wieder dieses lange, lange, ich geh einfach mal, ich hab einfach mal hier das RTP-Panorama-Kram-Dinges hin und spiel Gentleman-Musik. Weil das ja auch so voll episch ist, wenn man da mit dem Flugzeug hin fliegt. Mach's ja auch jedes Spiel, ne? Das ist nicht mal Mememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememem hallo was darfst du sein jetzt verkauft er auch das solche ja klar zu kaufen alle shops fallen so ein shop shops den kram oder was hallo ach das rauschen ja sagen die bis zu neun keine ahnung habe ich nicht schon mal irgendwann hier gesehen okay das war gut das erste was er sagt alle maß auf dem dach hi folks am g bla 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 ich bin ein insert dinksifika ich liebe süße wohnen bla 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 und was sagst du auch geh aus ne käfer ein liter pirat hier in der stadt war moment das seid ihr oh mein gott abgeschlossen wozu denn das dahinter ist bestimmt als etwas tolles nein es ist nicht glaub mir stimmt müssen nachsehen da ist wirklich nichts und ist ruhe was soll ich gesagt die dialoge waren toll nordAlright ok sorry die gott macht mit dir ist das nicht wie sie ein kratzer aus salamon was macht hier nicht mit reden wasser in der kneipe gibt es das beste bier auf dem ganzen mimi mimi kann man schon ich liebe es ja ich bin gerade todesengel bla 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 ich muss noch das ganze aus sein weil der tote singe hat hier gestern eine party gemacht badi party 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 bekommen das ist einfach das was wir schon haben gekauft haben auch ein jeans kimono irgendwie keinen sinn macht aber ja ich will man nicht so sein dieses spiel versucht irgendwie auf ernst und irgendwie auch gleichzeitig jungen an der kran zu machen ein riesiges euro stoffen dann verstopft es waren keine schiffe sowas unheimliches ist das richtig krank aus mama zwei hallo kein deutschgang empfiehlt themen listen kein deutschgang kann ich ja trotzdem durch schade und wissen darum ist dann dann auch noch noch ein steg wenn man auch nichts hin mappen können aber nun ja das spiel ist immer seltsamer wie mehr man erkundet dass du seltsamer wird das soll so aus die zeitquests sein aber irgendwie ich weiß nicht eigentlich 18 16 16 14 johannes ist der netflix ist das ist nicht toll so ja ich ich will es euch zum schiff und speicher und nächstes gebiet reisen ruinen von jiron der netflix ist auf schiff nicht okay oder ich schon mal ein toter hallo das ist meine freundin von mir sie hieß ich erinnere mich gar nicht immer in ihren namen okay da war sie auch nicht so wichtig wie traue ich nicht der zudel ist gesperrt hätten ist nur noch ein krater böse wissen außen und darin aber ich habe da drin gewohnt da und wer ist befehl dass das sicher gelohnt naja die dingen und die viecher darin veränderung anstatt den typen hinten abzumorzen das hat sich gelohnt hier ja das hat sich auch nicht gelohnt nur nur wegen erst dahin naja also ich will heiligst auf der welt das gibt es monetärin hier jeden Tag bei Jennifer Wien Jennifer Film hallo Huhn Hallo alter Mann ich bin hier aber auch von den alten Tage doch noch die Erleichtung zu finden na? hier mit eure scheiß Köche was macht ein tiger hier nager willkommen fühlt euch hier wie zu Hause oder Thief Kastet hallo libra dies ist bestimmt der heiligste ort auf der ganzen welt also ich denke dass etwas sollte man nicht tun oh ja das finde ich auch da hast du vollkommen recht was denn bitte hi seid ihr auch arpegien shalalala country roads take me home to the place i belong das kommt immer von der situation aber bloß nicht mehr woher das spiel ein rohrd rostung jetzt eigentlich blau sie ist nur gerostet was das spiel das game das game also das ist ein versuch darauf lustig zu sein und mal wieder zum kurs gab angriff der schmetterlinge hallo johanna schönen tag ich bin die heilige johanna stadt halterin des heiligsten ortes der welt du bist das schon diesen du bist das von diesem klick auf hat oder ich bin so heilig das glaubte gar nicht und was bringt uns seine heiligkeit ist so frech pirat oder ich tue ich mache euch ein einmaliges angebot das da wäre wartet ist so schnell ich muss mir doch etwas überlegen ich habe es bringt mir den stein von zimmer kennt und ich gebe euch etwas tolles wir wollen erst wissen was das tolles ist sonst bringen wir gar nichts was soll das uns schon sein die stärksten und heiligste waffe der welt du knirpst die der johanna durch die johanna durch was ist denn das kann ich ihn benutzen jetzt und nur du du bist schließlich die held in dieses rollenspiels weißt du was ist das kennt ihr da nicht den rpg mecker in miss amigos den was das heißt miss amigos ich werde das ist ein self insert bringt mir den stell von seiner kennt macht ihn sehr gut wir gehen ja schon mutter 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 was mutter so irgendwas spanisch mutter wat ja war ich mir auch erst und endlich gehen gott der fakt und richtig entscheidet er wo es ist bisher kennt angeblich was du hier ja das ist in der stein von seiner geld nemo hast du irgendwas genommen nemo gehst du noch ganz gut was ist los general er nicht nemo ragas verdammt scheiße was ist los general ragas es gibt neugkeiten von unseren forschern wurde eine gegend ausfindig gemacht in der es vielleicht eine frucht gibt und was ein frucht sollte sein die frucht der götter die eva frucht auch evas apfel genannt man sagt diese frucht eine man sagt dieser frucht eine heilende wirkung nach sie soll jeden virus vernichten können das ist ja wunderbar dann können wir wieder gesund werden man könnte die frucht und ihren inhaltsstoff untersuchen und unsere forscher könnten ein heil elixier entwickeln endlich wird alles wieder gut nicht unbedingt die frucht wächst nur auf einem bis jetzt ne unbekannten fels plateau dorthin schicke ich euch nun damit ihr die frucht findet wir werden unser bestes geben um die menschheit zu retten dort hausen fiese kreaturen und monster ihr müsst gut vorbereitet sein rüstet euch im shop da hinten aus und meldet euch bei nika wenn ihr so weit seid viel glück hat es nicht alles an ende ja ich hoffe doch und das spiel verändern ist ehrlich wird das endlich wieder alles gut aber sicher kann los fliegen super auf geht's gerade das sind mir zu viele stimmen dort 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 noch ein bruselig hier bei durch mutter tritt ach ich kann sogar noch zurück das ist so wie ein point of no return junge junge junge